Zack. So, das legen wir jetzt erstmal alles ganz kurz hier rein. Nicht, da ist noch despawned oder so. Wir haben schon genug Items in unserer Welt einfach mal so verloren durch. Unfähigkeit. 64 Kakteen ist auch ein Witz. Wir haben hier hinten eine Kiste mit relativ viel Eichenlauben. Ja, die haben wir nicht. Hatten wir bestimmt mal. Da hatte ich irgendein Bauvorhaben vorher gehabt oder so. So. Guck dir das an. Wir sind soweit durch. Müssen wir alles nur noch anschließen. Und dann müssen wir so viel, ähm, Speicherplatz überhaupt haben. Ja, ja. Gut, schließen wir es erstmal an. Sofern wir denn Kabel dafür haben. Ist ja auch immer so ne Sache, ne? So. Ohne Redstone. Ohne Redstone. Und dann einfach hier mit anschließen. Dann ist hier noch ne Kiste. Machen wir hier einfach einen drüber. Machen wir hier einfach einen drüber. Anschließen. Zack. Flup. So. Und dann geht das hier einfach munterfröhlich weiter. Ob unsere Kabel dafür reichen, wage ich echt mal zu bezweifeln. Aber wir geben unser Bestes. Und auch wenn das nicht reichen wird. So. Aber verdrückt hier. Habe ich. Habe ich auch. So. Dann machen wir mal den hier. Den hier. Den hier. Den hier. auch nochmal irgendwie dran. Ja. Kommt einfach wieder Meteorit runter. Weitwegen wird er nicht. Flup. So sei denn, dass ich das auch anders sparen kann. Egal. Können wir noch alles korrigieren. Obwohl. Ja macht keinen Unterschied. Ne macht wirklich keinen Unterschied eigentlich. Ja Mammut. Genauso macht man es nicht. Wäre ich jetzt hier eigentlich eingesteuert? Ja. Hier. Ne. Gut, dass ich da nochmal fünfmal nachgucke. So. Hier mal einer runter. Klopp. Den hier einstellen. Und runter da. Und das wird jetzt erstmal angeschlossen an die Leitung. Machen wir von der Seite. So. Das sind die Kisten hier hinten schon mal angeschlossen. Hier hinten wird es vielleicht nicht mehr so ganz reichen. Aber hier ist auch was fertig. Warte mal. Hier ist nicht fertig. Ich glaube so langsam ist das Ding da hinten wirklich voll. Wobei ich bin mir teilweise nicht mehr sicher. Müssen wir einfach mal rüber gehen und mal gucken. so hier ist nicht fertig. da ist nicht fertig. Aber. Wir sparen hier auch wieder zwei drei Kabel. Machen wir mal den hier und den noch, dann kommt das hier einfach mal direkt angeschlossen. Was hier zwischen den Dingern ist, ist mir relativ Wumpe, denn die sind ja schon hier links und rechts angeschlossen. So, dann haben wir hier Krimskrams, immer wichtig, immer toll, einstellen, so, auch dran, sehr schön. Die Kiste hier und dann für die weiteren wird es wahrscheinlich nicht so ganz reichen. Nehmen wir mal dich hier. Ne, wird nicht reichen. Na, doch, könnte reichen. So, dann müssten wir halt nur noch zwei Kisten theoretisch anschließen, wenn wir halt irgendwann mal die Kabel dafür überhaben. Wie sieht's denn hier aus, ist fertig, ist fertig, ist fertig, ist fertig, ist fertig, ist nicht fertig. Dann sparen wir ja auch wieder so zwei, drei Kabel. Kleinfilm hat auch Mist, ne? Kennt man ja. So. Kommst du halt weg. Dann haben wir wieder sechs Kabel. Mit sechs Kabeln komme ich nicht sehr weit. Aber er saugt hier tatsächlich noch was ab, haben wir gerade gesehen. Okay. Na dann. Ne, das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Kann ich drehen und wenden, wie ich will. Das wird nicht reichen. Was ich machen kann, damit ich das später nicht vergesse, ist hier Wet Zone deaktivieren. So. Gut. Haben wir erstmal fast alles angeschlossen. Siehst du, hier ist sogar noch eine Kiste, da muss ich auch noch anschließen. Und dann hier die Sammelkiste um die Ecke. Ja, ja, ja. Also, wir müssen sowieso. Hilft dem uns. So. Aber, damit das Ganze auch funktioniert, müssen wir erstmal wahrscheinlich Speichelplatz freimachen. Aber für weiteren Speichelplatz sorgen. Denn sonst sieht es hinten echt ein bisschen mauer aus. Soviel zum Thema, ne? Ich mache jetzt hier. Ja, ja, ja. Machen wir, ne? Machen wir. Ähm, hier. Wer heißt es hier? Ähm. Dingens. Dekoratives Gedöns. Aber es muss halt sein. Neu Moria anschließend wird nochmal viel schlimmer. Ich hoffe, bis dahin habe ich da noch ein paar Gabeln. Ich meine, wir können uns ja auch noch welche herstellen. Ich meine, wir haben eine Ende-Perle. Irgendwo. Ich glaube, in meiner Tasche habe ich die gerade gesehen. Ne? Aber... Oh, ne. Das ist gerade mal nicht so. So. Gehen wir mal ganz kurz runter hier. Sind alle gelb. Alle gelb ist ganz doof. Und Minecraft hängt. Aha. Ja. Ne? Das heißt, jetzt kommt halt tatsächlich hier nichts weiter außer halt hier Sand. Oder Stein. So ein Krams halt. Ne? Das heißt, wir müssen so langsam wirklich hier mal zusehen, dass wir hier wieder Festplatten bauen. Jo. Dann machen wir es doch mal. Wir müssen aber auch Quarzglas noch haben, ne? So. 64 K-Gedöns. 64 K-Gedöns. Nicht KL. Die Dinger. Aus den Dingern. Aus den Dingern. Aus den Dingern. Aus den Dingern. Brauche ich... Zertusquads. Okay. Jetzt habe ich da... Ich habe ja gar keinen Dimensionsanker dahin gebaut. Ich bin ja ohne Held. Habe ich ja im Moment da, ne? Ich habe ja gar keinen Dimensionsanker dahin gebaut. Ja, habe ich im Moment da. Ich bin ein Held. Wir müssen aber ganz kurz zurückkehren. Weil wenn die Chunks nicht geladen werden, kann er natürlich nicht absaugen. Macht Sinn. Und ich glaube hinten unser Goldbaumgedöns-Dingens hier. Den müssten wir eigentlich auch mal wieder nach dem Rechten sehen, ne? Da dürfte ja inzwischen auch wieder einiges... Ja. Abgeholzt sein. So kommst du mal hier hin. Äh... Mal ein bisschen größer hier. Sicher, sicher. Ich meine, ne? Das, was ich da einstelle, sind nicht Blöcke, sondern tatsächlich Chunks. Er macht jetzt nicht 33 mal 33 Blöcke, sondern 33 mal 33 Chunks. Das ist ein bisschen was. Ich läd hier die halbe Map. Gefühlt. Aber wenn es ruckelt, bist du Bescheid. Ich bin schuld. Ich könnte auch wieder den Teleport zurücknehmen, ne? Von. So. Dann, 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 dann. Industriebeet. Wir müssen... Quarzglas herstellen. Hauen wir erstmal so ein ganzes Deck da rein. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Nochmal ist es nicht. So. Wir brauchen es ja. Früher oder später eh. So. Wir haben auch ein bisschen Pulver. Für den Falle eines Falles, dass ich wieder irgendwas mit Pulver brauche. Zum Beispiel Quarzfasern, Dinger, Teile. Dinger ist halt. So. Wir können eigentlich hier das Dingens da vorne eigentlich auch schon wieder anschließen, ne? Theoretisch. Aber ich wollte ja sowieso etwa einen Scanner bauen und so. Und wenn man dann den Quarflink im Weg sieht, dann denkt man sich so, ja, ne, will ich gar nicht bauen. Ja, der ist jetzt natürlich halt auch nicht sonderlich weit vorangekommen, weil, äh... Ja. Ich war ja nicht im Chunk. Und es gibt ja keinen Chunk, oder? Hm? Blöd. Ähm, die hier verstaue ich mal vor, jetzt habe ich in meiner Tasche. Und nicht, dass ich die noch versehentlich hier verbrauche. So, das war hier im Vierer, ne? Dann mit Redstone. Wir holen uns noch mehr davon. Wir brauchen es leider. Wie war das? Ungefähr 32 Stück brauche ich ja allein schon für das eine Ding. So. Also jetzt mangelt es tatsächlich so ein bisschen an Kristallen. Okay. Dann... ...können wir die hier verwurrsten. So. So. Lass mich lügen. Das könnte der sein. Und dann haben wir davon was. So. So. Aber um das hier weiterzumachen, brauche ich ja dann... Glowstone. Und wahrscheinlich schon die Diamanten-Prozessoren. So. Aus denen machen wir sowas. Und ich habe kein Quarzglas mehr. Das ist ja toll. Das ging ja genau auf. Ähm... Habe ich denn Eisen in der Tasche? Nö. Quarzglas haben wir hier auch nicht mehr. Zumindest nicht das, was ich brauche. Eisen. Hören wir hier ein bisschen was raus. So. Ein Quarzglas brauchen wir ja... Eins, zwei, drei, vier, glaube ich, derzeit. Na, eins für den... für den Chip. Und drei für die Fertigstellung, glaube ich. Wenn ich nicht irre. Ich hoffe, da ist das Richtige. Verdammt! Verdammt! Ah! Da! Wieder drauf reingefallen. Mhhh... Ja, ich bin toll. Ich bin so toll, wie ich aussehe. Ist ja genau wieder das falsche Quarzglas. Ich hoffe, ich kann das nochmal für irgendwas anderes kaufen. Das war ja aus dem Quarzpulver.